Tja, was soll ich sagen, da sind sie, die Kollegen, wir haben den 20. Januar, voll warm, ich drehe mal die Kamera, damit auch jeder weiß, was ich meine mit warm, voll warm, heute war nicht so ein guter Tag, der schwarze Kater ist tot, überfahm im Auto, meine ganzen Hühnereier, die die Henne hier vorne, ja, diese geschickte neben dem, ja, genau die hier vorne, die auf mich zukommt, die ganze Zeit ausgebrütet hat, kurz vor der Brütung, alle verschwunden, keiner weiß wohin, kein guter Tag, aber, was soll ich sagen, die Sonne, da blendet sie, Okay, gleich kommt noch eine Wolke, aber es ist Zeit für das erste Sonnenbad, damit man die braune Herrlichkeit sieht, bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Januar.